So Leute, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben und ja, gerade nach dem Spielstart musste ich mit Entsetzen feststellen, dass ich mich wieder bis nach hierhin durchspielen musste. Ich konnte nur Kapitel 1, 2 und Do auswählen. Mehr war da nicht, jetzt bis zum letzten Kontrollpunkt oder so dahin zu gehen. Deshalb muss ich jetzt bis hierhin noch mal zocken und ja, damit begrüße ich euch herzlich zum neuen Part. Ja, ich war vorhin im Kino, hab mir Ted reingezogen, eigentlich richtig geiler Film, könnt ihr euch auch mal reinziehen, ist echt zu empfehlen und da schon mal der erste Epic Fail von mir. Ich glaube, ich sollte mal wieder Anlauf nehmen und dann mein Glück versuchen. Das, ja, das klappt gut. Jetzt noch den dritten, äh, fuck, ah, scheiße, ey. Ah, ich wusste es. Puh, das hatte ich auch vorher schon nicht geschafft. Und hab ich den? Jawoll! Sauber gelandet. Das gibt Punkte, nicht? Saubere Landung und gibt eigentlich Pluspunkte, ne? So, hier vielleicht wieder ein bisschen mehr am Lauf. Wo geht's? Wo geht's? Nein, nein! Ah! Fuck. Also gut, wenn ich da dran springe, wo soll ich denn dann als nächstes hin? Wenn ich dann so ein Stein... Ne, ne, ne. Dann nehm ich doch lieber den Anlauf. Wo fliegt er hin? Ne, sieht nicht sehr bedeutend aus. Gut, komm Baby. Jawoll! Und jetzt für mich. Krieg ich den? Und jetzt drauf. Das wird knapp, aber noch geschafft. Huh. Gut, äh, anscheinend muss ich hochspringen. Oh, das sieht ja irgendwie so aus wie so ein schrumpeliges Gesicht oder wie so eine... ein bisschen quadratisch aussehen, ein Stück Scheiße. Gut. Uh. Komm ich da so dran? Ne, natürlich nicht. Warum denn auch? War ich hier nicht schon? Ich hoffe mal nicht. Oh, da liegt das? Ne, das ist einfach nur... Schade. Ich dachte, das wär was Besonderes. Uh. Uh. Was haben wir denn hier? Nix Besonderes. Alles nicht toll. Gut. Darauf geschissen. Weiter geht's. Falls es hier irgendwie weitergeht. Ah, dieser Pfeil, äh, ja, zeig ich mir schon an, dass es weitergeht hier. Boah, Leute, ich muss nochmal dazu sagen, wir haben jetzt, äh, glaube ich, halb eins. Und ich bin mega müde, aber ich hab einfach Bock, dieses Spiel zu spielen. Ey. Stein, geh weg. Und komm doch da dran! Ah, ich... Alter. Ah. Mein Gott. Jetzt komm. Komm. Jawoll. Geh doch. Und jetzt, zu dir, Baby. Ja. Hat er auch. Und bringt er mich nach da oben? Wir wären nämlich schon so voll nett von dem und so, weißt du? Ja. Leggerte Landon. Oh, wen haben wir denn da? Ja. Ich glaube, du fragst, wo alle Flamme ist. Wir haben ihn in eine Zeit nicht gesehen. Normalerweise sieht man ihn viel mehr als der Flamme. als du möchtest. Aber wenn das passiert, ist er meistens nach einem Monat weg. Das könnte für dich ein Problem sein, denn es ist nur er, der weiß, wo dein alter Freund ging. Ich würde sagen, dass du den Oliflamme findest, wenn du hier raus willst, irgendwann bald. Er spielt oft an der Oberfläche. Gut, ich muss jetzt den Oliflamme suchen. Denn das ist der einzige, der weiß, wo mein Onkel ist. Wow. Oh. Okay. Das war sehr knapp. Eieiei. Hätte ich mich ja fast so... So, und der ist jetzt... Der spielt meistens als Top of the Mountain. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Top of the Mountain. Bis dahin müssen wir erst mal kommen. Ui. Minecraft Feuer. Boah, das ist alles so dunkel, ey. Hier sieht's ja nix. Oh. Muss ja drüber springen, über diese kleine Stufe. Gut. Wie komm ich da jetzt hoch? Gut, ich schau mal da hinten erst mal vorbei. Was echt? Ist heute so ein Kackklötzchen-Turm. Nääää. Da hinten sieht nicht ganz so geil aus. Ich glaub, ich kann wieder nach da hinten rennen. Ich hab Zeit. Zeit! Mami! 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 Mama! Oh, Junge, das war fucking knapp. Oh, fast hätte ich mich gemauelt. Gut, was sagt mir dieses Zeichen? Hoch vielleicht? Ja, das war, glaube ich, schon ganz richtig, was ich hier gemacht habe. Und jetzt, jawohl. Ui, haben wir das erste kleine Stückchen schon mal geschafft. Welcher Vollidiot spielt denn so weit oben? Der muss ja krank sein, lebensmüde. Der hat doch nicht so einen geilen Anzug wie ich. Oh, die Flamme! Gut, hier haben wir das Zeichen. Es müsste also da hochgehen. Boah, ich... Okay. Ich sitze hier irgendwie echt mit offenem Mund vorm Bildschirm manchmal, weil das... ...so aufregend ist. Ob ich das jetzt noch schaffe oder nicht? Ach, fail. Ei, 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 ei. Ach, fail. Verhöhlen. Und hat er den? Ja, komm! Ach, gut. Uh. Truff. Sollte er nicht hier sein? Wir sind doch jetzt auf dem Top of the Mountain. Hm. Okay, aber dieser Pfeil hier sagt mir, dass da noch was sein möge. Und... Ach, hab ich... Ach, leck mich doch im Arsch, ey. Mein Gott. Okay. Ich kann lange fallen. Wow, ich hab jetzt grad mal mein Headset abgenommen, ey. Und es geht ja draußen richtig ab. Was ist das denn für ein krasses Gewitter? Also... Fick dich, Donner. Leck mich doch am Sack. Oder wie ging das? Ich hab jetzt schon keine Ahnung mehr vom Film. Hab ich aber irgendwie immer, wenn ich eingeglotzt habe. Nein, da ging's nicht runter. Das war failig. Ah, ah. Okay, vielleicht doch hoch. In dieses Loch. Gut, das wollen wir doch nochmal probieren. Komm. Ja, und jetzt? Und jetzt? Fick dich, Mann. Und dann immer dieser lange Fall. Zack, richtig. Nein! Fuck. Komm, komm, ey. Warum geht der denn nicht da dran, der Penner? Boah, ey, das riecht mich jetzt schon wieder auf. So ein bisschen, ne? Warum, 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 warum war das denn klar, hä? Warum war das klar? Ja, und dann komm ich auf dieser Scheiße auf. Damit ich jetzt nochmal nach oben gehen kann, oder was? Leck mich doch am Sack. Oh, gut, das haben wir. Boah, ich stink irgendwie nach diesen Nachos im Kino. Das ist ja echt... Uuh. Lol, was war das? Lol. Alter. Was war das denn für ein krasser Scheiß? Oh, und dann komm ich da wieder nicht drauf, ne? Ja, ja, fall doch einfach... Fall doch noch ein paar Kilometer. Boah, ey. Geh, legst mir um den Arsch. Komm, dann musst du ja jetzt wohl zu schaffen sein. Alter, was ist das da? So, jetzt... Jetzt kannst du mich einfach mal... Jetzt... Ja. Ah. Boah, endlich. Jetzt darf ich aber wieder zu diesem Kackteil. Oh, wäre da jetzt da nicht so scheiße abgeprallt. Ey, hätte ich das nur geschafft. Ja, komm ey, fall noch ein paar Stunden. Also, dann... Erstmal...